Musik Kurzes Vorwort zur Folge Da ich jetzt halt das Tügel übernommen habe, habt ihr auch gerade das Intro und so weiter gesehen und bla Aber die Aufnahmen sind immer noch von Erik Das heißt ich werde das vor jeder Folge einblenden, wo die Aufnahmen noch von Erik sind Weil entweder der Sound nicht so gut passt oder das Rendering Wie gesagt, ich musste es vorhin rendern und so und hochladen, weil ich es zu gerne übernommen hatte Und die 5 auf oder die Folgen hier dürfen natürlich nicht fehlen Daher, wenn es hier und da mal ein bisschen ungenau ist, dann beschuldigt nicht mich Ja, dann geht es zu Erik und flimmt bei dem rum Ich habe es lediglich gerendert Nach diesen Folgen werden dann die ganzen Aufnahmen von mir sein und dann wieder professioneller Nein, er hat es schon okay gemacht, aber auf jeden Fall, dass ihr das wisst Und ja, viel Spaß mit der Folge Yay Okay Leute, das sind wir wieder Ähm Sorry, wir gehen nicht jetzt streiten Ähm Wo? Ja, ja, mir ist auch gerade umgefallen Die Welt ist auf dem älteren Stand zurück Aber nicht so alt Was? Ein Chant Man Table ist nicht mehr da Meine Sachen sind auch nicht mehr enchanted Luca? Entschuldigung, mein Sauber Luca? Äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, weil ich nur beendet habe Oh neee Das ist im Inventar wohl mal gespeichert Nein, das ist nicht Ne Oh, fuck yeah, danke schön Boah, Luca Alter, hol's dir Was? Komm jetzt wieder auf den Server Nee Komm bitte, Luca Denn die Sachen sind wieder da Nee Doch, der ist zurücksetzt, war er, Luca, ohne Scheiß Egal Komm, Luca, jetzt bitte Ähm, hallo Ich bin wieder zurück Ähm, wahrscheinlich jetzt erstmal ohne Luca Ja Ja, ähm, es geht auf jeden Fall mit der Scheißegal Oh, doch Okay Also, der ist dann so, wie der David ist normal, dass ich es sehen müsste Ich bin so fest Wir hatten ungefähr ein Stack Eisen Ähm Ja, also, ähm, dass es wisst, ähm, Medi, ob mich mal Ähm, wir werden Äh, 59 Eisen Das, was ich abgebohrt hab, war ein Stack, und was du hattest, weiß ich nicht Ähm, ja Bist du, Luca? Mach mal anderthalb Stacks Ja, mach mal anderthalb, das passt Und, ähm, plus 30 gebackenes Schweinefleisch Stimmt, ob sie ja nicht auch nicht da Zwei Maradze Äh, Luca? Und ein Hund Ob mich mal, Medi Und vermutlich ein halb bis ein ganzes Schweizer Und ein halb bis ein ganzes Speck Laten Da noch einige kann spinnen sein Doch nicht porten Ja, toll, seine Saßen weg Sehr gut Äh, ich soll das Achso, ich soll dich Hä? Wem soll ich dich porten? Nix, egal, Luca, also Jetzt mit dir cheat mir ne Rüstung Und alles, was du hattest, okay? Sag ich mir jetzt einfach, was du hattest, kann ich wieder reden, weiß ich gar nicht Und krieg ich alles, was du hattest, wie du, okay? Ich helf dir Wenn man zählte, was du hattest, will ich mehr? Ich hab doch genauso wenig Wer? Achso, warte Also, ähm, ob mich, Medi Komm, komm her Nicht schmucken, Medi So, jetzt hab ich meinen Hund wieder So, jetzt port ihn erst mal zu mir und dann mach mich OP Und du, fliegst halt die ganze Zeit rum Ich wollt, ich bin grad hinter, äh, ich bin grad dahinter gezogen, um meinen Hund zu holen Beziehungsweise den Hund zu cheaten, weil ich hatte nen Hund Bevor das aber abgeschmiert ist, nein Bevor ich das aber, äh, rage gedreht hab Ja, port ihn auch zu mir Achso Oder ob mich, ganz einfach Und die Kühe ist auch nicht mehr da, wa? Ja, gar nicht Oh fuck yeah Ja, die werden sich jetzt einfach cheaten, was wir da, ähm, zum Beispiel den Chatman-Table Das schon jetzt einfach Das war irgendwie, natürlich, das ist irgendwie unfair Ja, aber schmütz eigentlich egal Komm mal, pup 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 Danke Hast du mich jetzt gehobt? Äh, nee, ich hab dich ja beratet Ne, ich habe Ob nun werd ich Ah, warum haf ich mich jetzt? Ich kann nur nix dafür Jetzt ob mich Ich brauch doch Game Mode für Sachen Das macht Medi, oder? Nein Ich machs doch au Lukas, bleib ich der ich überprüfe dann ja was denn keine angst die machen mir zu viele eben die mann ist okay ob mich doch einfach ich hab dich dann bringt mir nichts wenn ich dann lass es du kann das ist eine reinsprinke kann ich hier es gibt andere lösungen ich hatte man ja jetzt kommen die luka lasse luka so es kommen her ich gebe dir Luka, fuh, lassen wir einen Friedenskeks, vier. So, hier ist das, hier hast du eine Richtung. Hier hast du Kekse, ja, Kekse, 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 da fehlt so viel Kekse, ich hab 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 so viel Kekse. Gut, ähm, dafür muss ich jetzt sechs Diamantverbrenner, also sechs. Dann Kekse, nein, Kekse, da, scheiße, oh, du wurdest geheilt. Ne, Luka, das hab ich wieder auf, okay. Ja, ein Luka hast du noch den Diamantverbrenner, ne, der ist auch draufgegangen, gut, das heißt für mich, ähm, ich krieg noch einen Diamant dazu, das heißt ich muss noch fünf. Ey, wo ist das, warum hat das Lauer jetzt weg, äh, egal, ich kann es ja so löschen. Das ist ganz gut, finde ich, ja. So, ich krieg jetzt auch ein Diamant, das Schwert, hier, ne. Und du redest jetzt mal, das ist egal, ich rede wieder. Jetzt sind wir, ja, haben wir ja alle wieder unser Zeug, 16 Level. Ich hab noch nicht dabei. Nein! So, jetzt ist mein Gameboy, Gameboy. Gm0. Gm0. So, geändert. Ey, schau mal in dein Inventar, Patrick. Ja, ich hab noch jemanden Schwerden gesagt. Mh, mh. Hör, ah! Das ist kein Wack, ich kann's, ich kann's nehmen und ich kann's wieder raustun, das kann ich aber nicht bei OPs. Ja, dann geh mit mal ein Halb, äh, ein Stack. Oh, oh, oh. Luka? Hey, we're connected, not I. Gut, ähm, also, Gameboy. Null, und jetzt geht's ganz normal weiter. Wenn ich mal zurück hab, sag, gehst du mal mit dir. Alter, ich brauch' Eisen, ich hab' noch viel mehr essen gehabt. Aber ich, ich, guck mal, ich bin so, so heftig. Du hast kein Schwert. Du hast kein Schwert. Spaß, du hast ein Schwert. Könntest du mal auf den Mönchstern mein Zeug haben, bitte? Ich würd' doch nie Leuten Zeug und ich bin noch kein Pole. Ich heiße so nicht Rufus. Wenn's ne Runde fällt. Also, Luca, komm' zurück zum Haus. Medi, mein Zeug, bitte. Hä, warum soll ich dir das geben? Kenn ich mich nicht. Bde, 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 bde. Hey, du bist OP noch. Ne, du bist nicht OP. Ja, also, wir soll's dann machen. Oh, es wär' zu geil, wenn ich jetzt mein Schwert und Chantel nicht krieg's. Warte, boah. Ja, würde schön. Also, Leute, erstmal hier schreiben. So, Luca, jetzt geht's ganz nochmal weiter und jetzt machen wir eine Friede. Komm, red doch wieder, Luca. Okay, ich hab' mir meine Level hier gegeben, die ich hatte. Ja, ich auch. Okay, ein bisschen mehr. Weil der will mehr. Ja, ich auch. Okay, dann mal aufziehen. Wie ist alle gleich, wie ist gleich alle zugegeben? Ja, ich auch. Ähm, mir gibt's mal 22 Level. Yeah. Fuck yeah! Und der Mann schlossackig noch, bam, bam. Bestimmt ein Stack Redstone. Das war nicht nur ein Stack, aber ein Stack wird reichen. Bestimmt, mir hat er noch derbe viel Kohle gekriegt. Dann mach' ich mal zwei Stacks. Ja, genau, der will viel Kohle hab' ich auch. Kann man euch auch fast zwei Stacks sagen? Ja, ich auch fast zwei Stacks. Kohle hatten wir auch tief. Mein Hund knurrt. Oder, drei Stacks? Wie viel Stacks würdest du sagen, Mädchen? Ich hatte einen Fall. Ich hatte einen Fall. Luka! Was heute ist? Jeder hat das? Wer hört das? Luka, hör auf. Hör auf. ja komm red wieder und als mal ein ganzes was macht ihr ich wollte dann immer ganz ruhig der haupt mir er sagt nur schneller das sagt nur schnell ich schaue ich schaue ich schaue 16 ja ich hatte eine neue doch ich traue ich ja nur kann du kriegst wir brauchen ja nur zwei jetzt mal kein scheiß ich habe ja weil ich ich habe den drei und das ist das diamante ich kenne jetzt nur spaß ich gebe es dir wieder mein diamant ich würde gerade sagen was 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 du hast gesagt dann die man spurt dankeschön danke dass du alles gibst ich muss noch mal geben oder es gibt mir doch einfach die ob ich mache kein scheiß okay dass alle jetzt ich heiße zu dir bin ich zu dir ich heiße zu dir ich sehe ich sehe den winter und ich weiß wenn du irgendwas illegales kannst ja und nicht nur das jetzt kann ich mich wieder die ich habe mir gegeben ich habe kein brüschpanzer doch ich habe mir wieder geben nein ich habe aber nicht dann hast du irgendwie weggeworfen oder so naja dann holen weil ich habe nicht ich habe nur meinen eigenen ohne scheiß oder auch mit dem scheiß kannst du mir schon glauben wie viel aus dem game out raus ich habe freunde verwandte verloren doch meine jungfräulichkeit obwohl die will ich entstand jetzt mein ich kriege auch was ab Ach, heul nicht. Jo, ich hab die Spitze an der Differenz 1. Loll, unser ganzer Minenschacht ist weg. Ja, ich hab auch alles verloren. Der ganze Minenschacht, wo wir nach unten gebaut haben, ist weg. Haha. Micky, komm. Luca, warum red ich nicht? Ich weiß, was ich gerade fragen. Hey. Ah, cool, hast du den Amboss-Powder. Sommerklaus, Mann. Nee. Ah, Pichalender. Wie macht man nochmal ein Ende-Auge? Äh, Blaze-Powder oder irgendwie so? Alter, fick dich fest, Blaze-Powder. Ich wollte mit dünnen Ender-Toff machen. Du brauchst dafür Blaze-Powder. Ja, ich hol mir jetzt... Ich mach jetzt gerade ein Ding-Portal. Ah! Da ist ein Amoklau-Powder. Ich hab den Wegstoss ein, auf tief. Ach, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar.